Hallo und herzlich willkommen zur DIA-Show zu den Baumarten des nördlichen Nordamerikas. Jetzt nicht alle, aber doch die relevantesten. Und ich habe bei der Auswahl der Baumarten so ein bisschen darauf geachtet, dass sie vielleicht eventuell da wachsen, wo vielleicht eventuell eine Staffel von entweder einem deutschen Influencer-Survival-Format mit einer 7 im Titel oder eventuell eine Staffel eines ursprünglich US-amerikanischen Survival-Formates mit einem großen A im Titel und wo es darum geht, alleine zu sein, könnte da beides jeweils stattfinden. Das heißt, sowohl für Fans des einen Survival-Formates als auch für Fans des anderen Survival-Formates ist es vielleicht ganz interessant, sich mal ein bisschen mit den örtlichen Baumarten auseinanderzusetzen. Außerdem könnte das Ganze natürlich noch spannend sein für Leute, die sich ohnehin gerne mit Baumarten auseinandersetzen oder schon mal im nördlichen Nordamerika gewesen sind oder vorhaben, da mal hinzureisen und sich dann intensiver mit diesen Baumarten auseinanderzusetzen, weil man da ja im Prinzip auch wunderbar, vielleicht besser als fast überall sonst auf dem Planeten einen Bushcraft-Urlaub machen kann, insbesondere da die politischen Systeme zumindest einigermaßen zuverlässig sind. Das ist in anderen Teilen der borealen Nadelwälder, so Richtung Osten von uns aus, nicht so sehr der Fall. Da würde ich derzeit ungern Urlaub machen wollen, also nur so mal am Rande angemerkt. Gut, ja, das ist also im Grunde sind das die Beweggründe und um es nochmal deutlich zu formulieren, ich versuche hier gerade ein Hybiet-Video für Leute, die sich für Seven vs. White interessieren und für alle anderen, die sich dafür nicht interessieren, dass da jeder ein bisschen was für sich rausziehen kann. Der Fokus der Beschreibung der entsprechenden Baumarten liegt aber schon auf dem Survival-Nutzen beziehungsweise dem Bushcraft-Nutzen, was man damit jeweils anstellen kann und jetzt nicht nur und auch schließlich auf der Ökologie der Baumart. Und ob das Holz jetzt zum Beispiel besonders gut für die Papierindustrie geeignet ist oder nicht, das lasse ich jetzt auch mal weg, weil das ist für den Zusammenhang, denke ich, nicht so wirklich erforderlich. Aber ein bisschen, wie gesagt, auf die jeweilige Ökologie möchte ich schon eingehen. Ja, das ist es im Grunde, was man als einführende Worte noch zu sagen hätte. Wer ein Kandidat bei wahlweise Alone oder Seven vs. White sein möchte oder sein wird und das weiß er schon oder sie, dann würde ich empfehlen, vielleicht sogar Block und Zettel rauszuholen, also Stift und Zettel und das eine oder andere, was euch besonders interessant erscheint, mitzuschreiben, weil, ja, sonst habt ihr es sehr schnell wieder vergessen, ist insgesamt dann vielleicht doch ein bisschen viele Informationen auf einmal für den, ich sag jetzt mal, ungeschulten Geist. Das klingt jetzt auch wieder völlig falsch, also den dendrologisch ungeschulten Geist. Ich möchte jetzt keinesfalls irgendwelche Doofheit oder ähnliches unterstellen, überhaupt nicht, aber ja, nicht jeder setzt sich regelmäßig mit Bäumen auseinander und dann ist es vielleicht ein bisschen viel auf einmal zum Sofortmerken. So war das jetzt gemeint. So, und bevor ich jetzt weiter ins Fettnäpfchen reingreife, da legen wir doch einfach mal los und sprechen über dieses erste Bild, was wir hier sehen können. Das da ist die westliche Hemlocktanne, das habt ihr ganz am Anfang auch mal kurz eingeblendet gesehen, beziehungsweise es ist in diesem konkreten Fall sogar die kanadische Hemlocktanne. Die beiden unterscheiden sich optisch kaum voneinander und das wäre jetzt für die Praxis, wenn man da ist, tatsächlich auch ziemlich wurscht, mit welcher Hemlocktanne man es zu tun hat. Daher würde ich jetzt auf Unterscheidungsmerkmale auch gar nicht groß eingehen, aber die Hemlocktanne, die ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie erstmal Nadeln hat, wie man sie von einer Tanne kennt. Das heißt, sie stehen tendenziell eher gescheitelt vom Zweig ab, also tendenziell eher links und rechts als einmal rundum. Das hängt natürlich vom jeweiligen Zweig ab. Die Nadeln einer Tanne sind nie spitz. Es gibt keine stechende Tanne und wir finden auf der Nadelrückseite und so gut wie, ja manchmal auch, aber meistens nicht auf der Nadeloberseite, sondern nur auf der Nadelunterseite, zwei, meistens zwei, weiße Stomata-Streifen. Die sehen wir relativ rechts im Bild, wo der Zweig dann fast schon aufhört, wo die Zapfen zu Ende sind. Da steht bei der Abzweigung des letzten Zapfens rechts im Bild, wo es schon langsam unscharf wird, oben drauf steht ein Blatt recht auf sich, aufrecht und auf diesem Blatt können wir diese beiden weißen Streifen sehen. Das ist Wachs, das sich auf der Nadelunterseite befindet und dient dazu, die Öffnungen in der Nadel zum Gasaustausch, also Wasser raus, Kohlenstoffdioxid rein, ein bisschen abzudecken, damit dieser Gasaustausch nicht allzu schnell vonstatten geht und der Baum nicht viel zu schnell Wasser verbraucht beziehungsweise mehr CO2 aufnimmt, als er überhaupt braucht. Und dafür ist das dann quasi da, so ein bisschen zur Gashaushaltsregulierung. Das haben alle Tannen gemeinsam, dass sie irgendeine Form von weißlichen Stomata-Streifen, nennt man die Dinger, haben und daran kann man auch Tannen und Pseudotannen beziehungsweise Zugas, die optisch an die Tanne sehr stark erinnern, aber nicht wirklich den richtigen, echten Tannen, also ABS, zuzuordnen sind, kann man daran ganz gut erkennen. Die Nadeln sind auch sehr, sehr klein, sehr, sehr kurz eher formuliert, also maximal zwei Zentimeter lang, das wären dann schon sehr, sehr lange und es ist richtig auffallend, wie kompakt eben die Zweigchen benadelt sind. Die Nadeln auch sehr, sehr dick, sehr, sehr fest, damit überstehen sie auf Frost relativ gut und damit wäre auch geklärt, wo so ein Baum vorkommt. Und es ist auch der grundsätzliche Grund, das klingt doof, egal, dass überhaupt Nadelbäume so vorherrschend sind in Kanada und Alaska, dass sie halt eben an kalte Temperaturen besser angepasst sind. Fast überall gibt es da einen langen, langen, kalten Winter und da gilt grundsätzlich, je länger der Winter, desto praktischer ist es, immer grün zu sein, beziehungsweise ab einer gewissen Winterlänge dann auch wieder nicht. Man müsste eher formulieren, je kürzer der Sommer, desto eher ist man besser immer grün, weil wenn der Sommer sehr, sehr kurz ist, dann lohnt es sich für einen wechselgrünen Baum, der also im Sommer Blätter hat und im Winter nicht. Sie abwirft im Herbst, wie bei uns fast jeder Laubbaum, bis auf Ilex Aquivolium. Das ist der einzige heimische Laubbaum tatsächlich, der ein Baum ist und seine Blätter im Winter nicht abwirft, nur damit ich es gesagt habe. Gut, aber da oben, weil die Sommer so kurz sind, würde ein Laubbaum sich sehr anstrengen müssen, um im kurzen Sommer erstmal Blätter auszutreiben, genügend Photosynthese sozusagen für das ganze Jahr innerhalb von wenigen Wochen zu machen und dann sofort wieder in den Herbstmodus zu schalten, um die Blätter wieder zu verlieren. Das ist zwar, das kommt zwar vor, es gibt Laubbäume, die das so machen, aber die Methode, das ganze Jahr über das Laub, sprich die Nadeln in den meisten Fällen, an der Pflanze zu lassen, ist auf langfristige Sicht einfach effizienter, weil man nicht ständig neue machen muss, die man dann ohnehin nur ganz kurze Zeit behalten kann. Dafür sind es allerdings dann Nadeln, die eben einen Großteil des Jahres im Winter auch den Winter aushalten müssen, das zu sehr, sehr dünnen, Quatsch, sehr kurzen, dicken, fleischlichen, gummiartigen Nadeln führt. Also wer jetzt hier in diesem Bild den Eindruck hat, diese Nadeln sehen so ein bisschen aus wie Plastik, ja, die fühlen sich auch so an und das ist eben Absicht, die müssen sehr, sehr robust sein, damit ihnen der Frost nichts anhaben kann. Das haben fast alle Nadelbäume der nördlichen Breiten der sogenannten Borealen Zone oder zumindest der kühl gemäßigten Zone gemeinsam, dass sie eben diese spezielle Frostanpassung besitzen und da ist unsere Zuga Kanadiensis, von der das Bild hier ist, eben auch keine Ausnahme. Ich verwende häufig die wissenschaftlichen Namen, das liegt daran, dass es zu großer Verwirrung führen kann, wenn wir mit unseren deutschen Namen auf amerikanische Baumarten eingehen. Die haben ja natürlich auch irgendwie einen deutschen Namen, irgendein Botaniker hat sich mal einen einfallen lassen, aber die heißen dann natürlich in Englisch wieder ganz anders. Ich hatte auch überlegt, ob ich die englischen Namen nehme, aber ja, wir sind halt in Deutschland, also verwenden wir einmal den Trivialnamen und dann den wissenschaftlichen und spätestens mit dem kann man auch problemlos die englischen Namen oder teilweise französischen, je nachdem, wo man sich in Kanada befindet, damit auch problemlos übersetzen, weil bei einem guten Büchlein, was man vor Ort findet oder in das man vor Ort reinguckt, natürlich auch immer der wissenschaftliche Name dabei steht. So, dann sehen wir auch mal einen Wald aus diesen wirklich schönen Bäumen. Die werden sehr, sehr hoch. Für mitteleuropäische Verhältnisse wird allerdings alles in der Küstenregion Alaskas und Kanadas, also Westküste, von uns aus gesehen. Ja, nicht nur von uns aus, auch wenn man da steht, egal. Jedenfalls, da wird alles sehr, sehr hoch. 50 Meter ist für die dortigen Verhältnisse eher klein für einen Baum. Wenn 50 Meter die Maximalhöhe ist, das wäre in Deutschland ein absoluter Topwert. Ja, da wird also schnell auch mal 60, 70 oder gar 80, 85 Meter und in Einzelfällen sogar mehr erreicht. Auch von unserer Zuger hier, die werden wirklich ausgesprochen hoch, können auch sehr, sehr dick werden und nachweislich über 700 Jahre, also vermutlich mehr als 700, aber mindestens mal 700 Jahre alt. Das sind die ältesten nachgewiesenen Exemplare. So, für uns sind die jetzt dahingehend vor allen Dingen interessant, weil die Rinde auch am älteren Stamm und vor allen Dingen an jungen Bäumen oder auch die Rinde vom Zweig, die man auch da natürlich ein bisschen abschaben kann, die ist sehr tanninhaltig. Gerade so ein bisschen ältere Zweige, vierter, fünfter Ordnung, die sind meistens ziemlich gut geeignet, um daraus einen Rindentee zuzubereiten und dieser Rindentee sollte dann bitte schön ziemlich unerträglich bitter schmecken. Das muss er auch. Den kann man natürlich trotzdem, gerade weil es ein Tee ist, man kann die Rinde theoretisch auch kauen, aber das kriegt man einfach nicht hin, weil das so widerlich schmeckt. Aber diesen Tee kann man dann runterkippen und für diejenigen, die jetzt zum Beispiel vorhaben, da Urlaub, denkt euch bitte Anführungszeichen, um den Urlaub zu machen, wäre das vielleicht ein Thema, falls man überlegt, stattdessen lieber irgendwelche Antidurchfallmedikamente in seine Flasche zu packen. Das kann man sich sparen, sobald man eine Zuga-Heterophylla oder Kanadiensis in der Region irgendwo finden kann und deren Rinde eben als wunderbares Antidurchfallmittel nutzen kann. Der entsprechende Inhaltsstoff sind eine Mischung verschiedener Tannine, die die Verdauung stark behindern, bedeutet eben für uns im Fall, dass wir eine zu schnelle Verdauung haben, also einen Durchfall, dass dieser Durchfall dann ziemlich schnell gebannt sein sollte. Allerdings Vorsicht, nur so viel von diesem Tee trinken und auch nicht so stark dosieren, bis die gewünschte Wirkung eintritt. Danach nicht weiter trinken, sonst hat man irgendwann das gegenteilige Problem vom Durchfall, sprich Verstopfung. Da sollte man also ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist ein derart bewährtes Hausmittel, wenn man so sagen möchte. Das ist aber auch wissenschaftlich nachweisbar, wie das wirkt und dass das wirkt. Da muss man sich also keine großen Gedanken machen. Das ist kein Hokuspokus, sondern ganz klar nachweisbar, welche Stoffe da die entsprechende Wirkung herbeiführen und kann dann damit den gefürchteten Durchfall, den man übrigens durchaus bekommen könnte, falls man damit ja letztendlich Biberkot belastetes Gewässer konsumiert haben sollte, ohne das vorher aufzubereiten. Da sind dann nämlich Giardian drin, glaube ich. Die waren es, hoffe ich. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es besser wisst. Muss ich nochmal nachlesen. Aber egal. Jedenfalls führen die zu einer schlimmen Brechdurchfallerkrankung. Gegen das Brechen kann man nicht viel tun, gegen den Durchfall hingegen eben mit den Tanninen ein Stück weit schon. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das gegen eine derart heftige Durchfallerkrankung wirklich hilfreich wäre. Also nur für den Fall, dass es aber nur zu einer ganz leichten Durchfallerkrankung kommt. Bei einer heftigen schneidet man natürlich aus. Da wird es dann potenziell auch ziemlich schnell lebensgefährlich. Selbstverständlich drückt man dann das Knöpfchen, um sich abholen zu lassen. Aber falls es nur zu einer leichten Durchfallerkrankung kommen sollte, wie gesagt, dann sind wir hier bei den Zugarbäumen. Das ist die sicherste und zuverlässigste Quelle für ein Antidurchfallmedikament, dass man sich wirklich einfach zubereiten kann. Übrigens, wenn man kein Wasser kochen kann, weil man kein Feuer anbekommen hat, aus welchem Grund auch immer, dann kann man die Rinde, wie gesagt, immer noch kauen oder einfach im kalten Wasser lange einwirken lassen und das dann so trinken, das funktioniert im Zweifelsfall auch. So, dann verrät uns das schiere Vorhandensein unserer Hemlocktanne, dass es sich bei dem Boden, auf dem sie steht, um einen eher lockeren, teilweise ziemlich stark humosen Boden handeln dürfte, der eine große Wasseraufnahmefähigkeit hat und das Wasser auch recht gut weiterleitet. Sie mag keine Staunässe, sie mag keine tonigen, lehmigen Böden, darauf kommt sie nicht gut zurecht. Entweder gibt es sie dann da gar nicht oder sie ist sehr klein und kümmerlich. Wenn ihr also große Zugas findet, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr es nicht mit so einem Boden zu tun habt. Wofür ist das gut? Naja, schlicht und ergreifend für zum Beispiel die ersten Nächte in einem Survival-Szenario wäre ein solcher Boden weitaus weniger kalt, wenn man sich ohne weiteren Schutz drauflegt oder einfach nur zumal drauf sitzen. Das sind meistens gut durchlüftete, sehr viel Luftpolster, auch enthaltende Böden und ein Luftpolster ist bekanntlich die beste Isolation, die man haben möchte. Zum drauf schlafen ist, hier selbst aufblasende Isomatten oder sonstige Isomatten, die aufgepustet werden, damit sie eben ein Luftpolster enthalten. Das ist in den Böden, wo unsere Zuger vorkommen, standardmäßig immer der Fall. Man kann natürlich zusätzlich noch ein bisschen Boden abtragen und an einer anderen Stelle wieder auftragen. Also sich auf gut Deutsch einfach einen Bodenhaufen aus dem Humus-Material machen. Das sind so die obersten 10 bis 20 cm des Bodens. Und wenn man sich das schön aufhäuft, dann hätte man für die erste Nacht, je nachdem wie trocken es gerade ist, wahlweise ein trockenes Bett und wenn nicht, dann zumindest mal ein warmes, ist aber leider immer noch feuchtes Bett. Da müsste man sich dann noch mit irgendeiner wasserdichten Auflage behelfen, zum Beispiel Jacke drüberlegen oder wenn man hat, halt irgendeine Folie verwenden, sofern man eine Folie zur Verfügung hat. Aber das ist auch wirklich so eine nette Zusatzfunktion eben von unserer Zuger. Das ist eine ausgesprochene Zeigerpflanze für gut durchlüftete und luftenthaltene Böden, die für das Übernachten hilfreich sein könnten. Außerdem kann uns die Zuge ein bisschen Informationen zum zu erwartenden Winter liefern, denn finden wir irgendeine Zuge, egal ob Kanadiensis oder Heterophylla, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass der Winter in dieser Region für den breiten Grad gesehen, auf dem wir uns befinden, ein ziemlich mindelter Winter sein wird. Der ist zwar immer noch lang, aber die Temperaturen gehen nur selten in den zweistelligen Minusbereich. Und ja, also wer zum Beispiel jetzt nach Zombie-Apokalypse oder was auch immer in Kanada oder Alaska strandet, der wäre gut beraten, aus dem Inland rauszustapfen, wo es wirklich verdammt kalt werden kann, die Küstenregionen aufzusuchen und zu hoffen, dass er da dann halt eben einen solchen Wald findet, der nachweisbar eher wärmeliebende, für die regionalen Verhältnisse, wärmeliebende Baumarten enthält. So, und außerdem gibt es noch diverse Teile des Baumes, die wir direkt nutzen können. Zunächst mal sind die Samen essbar. Das sage ich jetzt hier mal ein bisschen ausführlicher, damit ich es nicht bei fast jedem anderen Baum, der gleich noch kommt, noch mal sagen muss. Die meisten Sachen, die da oben vorkommen, haben mehrere Jahrgänge an Zapfen, zumindest mal kurzfristig am Baum. Das heißt, wenn man einen Baum fällt, dann stehen die Chancen, dass da noch irgendwelche, noch nicht ausgesamten Zapfen sich dran befinden, gar nicht so schlecht. So, diese Zapfen kann man dann in Wasser legen, damit sie so sehr aufweichen, dass sie dann aufgehen. Dann nimmt man sie vorsichtig aus dem Wasser wieder raus, lässt sie auf irgendeiner trockenen, gut übersichtlichen Oberfläche trocknen, klopft sie dann ein paar Mal irgendwo drauf und sämtliche Samen fallen raus. Da die Samen, wie gesagt, essbar sind, kann das eine absolute Notnahrung sein, muss man allerdings dazu sagen, ich betone absolute Notnahrung. Die Samen sind zwar prinzipiell unglaublich energiereich und kalorienreich und haben viel Fett und super gesunde Sachen drin und Eiweiß, halblich sind sie doch dazu. Also alles ganz dufte. Das Problem ist nur, die haben im Regelfall ein 1000 Korngewicht, also 1000 Samen, von so irgendwas zwischen 2 und 20 Gramm. Also müsste man wirklich im Bereich 10.000 Körner dieser Samen sammeln, um auf etwa 100 Gramm zu kommen, bestenfalls. Und das wären dann zwar hochenergetische 100 Gramm, aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was man da letztendlich rausholt. Daher ist die Info, dass die Samen fast aller nordamerikanischen Nadelbäume essbar sind, zwar vielleicht ganz nett, um damit Leute zu verwirren, aber nicht wirklich praxisrelevant. Was die ehemals sogenannten Indianer allerdings gemacht haben, war zum Beispiel die Borke, die innere Borke, das sogenannte Flohem, zu nutzen, um sich daraus eine Art grobes Brot zu backen. An der Stelle noch eine kleine Ergänzung. Die sogenannten Indianer, sage ich jetzt mal so, damit jeder weiß, wen ich meine, ich verstehe allerdings, dass man heutzutage sagt, dass man das Wörtchen Indianer nicht mehr verwendet, weil, ja, letztendlich ist das der Begriff, der dem ollen Kolumbus eingefallen ist, nachdem er das erste Mal in Amerika angekommen war und dachte, er sei in Indien, also eben die Indianer. Die selbst haben sich nie so genannt und sind mit dem Begriff bis heute auch nicht so wirklich glücklich, habe ich mir sagen lassen. Und daher finde ich, ist in diesem Fall schon sinnvoll, den Begriff Indianer nicht mehr zu verwenden, auch wenn das einigen von uns gegen den Strich geht und wir damit aufgewachsen sind, dass das halt eben die Indianer sind und wir das in keinster Weise böse meinen, wenn wir sie so nennen. Aber ich würde im Weiteren hier wirklich von den Indigenen sprechen. Das ist in jedem Fall korrekt und da ich die Namen der einzelnen Stämme, die an der jeweiligen Stelle gelebt haben und Volksgruppen der Indigenen eben nicht kenne, ist Indigene, glaube ich, ein guter Sammelbegriff, um da niemanden vor den Kopf zu stoßen. Also die haben sich wirklich nie ausgesucht, so genannt zu werden und da kann ich sie jetzt schon verstehen in dem Fall. Gut, was haben die also gemacht? Die haben sich da die innere Rinde, sprich so einen Baum, wie wir sie hier links und rechts vom Weg sehen können, insbesondere der rechts vom Weg, wäre rein von der Dimension her schön geeignet. So einen, da kann man mit einem halbwegs stabilen Messer, notfalls auch mit einem kleinen Messer, das funktioniert auch, durchaus die Rinde abschaben. Die einzelnen Schuppen gehen ganz leicht runter. Da sieht man ja auch, dass die Schuppen fast schon so eine Art Sollbruchstelle haben. Die haben halt eben überall einen Rand und da kann man diese einzelnen Schuppen dann ganz gut abhebeln und darunter kommt dann nochmal eine innere Schuppe zum Vorschein. Die kann man dann auch nochmal ganz gut abhebeln und darunter befindet sich dann ein weißliches, ziemlich weiches Material, das man ganz gut spätestens vom Holz abziehen kann und das dann einen schönen länglichen Streifen gibt. Man kennt das aus diversen Videos, wo mal jemand versucht, Cambium-Spaghetti zu machen. Nur der Witz ist halt, dass hier nicht nur das Cambium messbar ist, sondern eben auch der Bast. Den kann man trocknen, tatsächlich dann auch grob vermahlen zu so einer faserartigen, breiartigen, mehlartigen Struktur. Ist irgendwo so ein Mittelding dazwischen. Natürlich hat man in 14 Tagen, falls man da jetzt nur vor hat, 14 Tage da zu verbringen, keine Zeit, das Ding vorher zu trocknen. Dann kann man das auch einfach so kochen und quasi wirklich als Nudelersatz verzehren. Enthält erstens mal einigermaßen Geschmack durch das Harz, was da drin ist. Das gibt dem Ganzen so einen gewissen Pepp und zweitens enthält es tatsächlich, weil das eben die zuckerführende Schicht des Baums ist, auch ein gewisses Maß an Kalorien. Da braucht man jetzt aber keine Wunder erwarten. Wenn das 40 Kilokalorien pro 100 Gramm Trockenmasse sind, dann ist das schon ganz gut. Und das Zeug ist nicht trocken. Das heißt, man kommt, wenn man da eine größere Portion pro Tag futtert, auf vielleicht 200, 300 Kilokalorien. Das ist aber auch das Höchste der Gefühle. Andererseits ist das auch eine ganz nette Menge an Kilokalorien, die zum Beispiel ausreicht, um das Hirn weiter mit dem notwendigen Zucker zu versorgen. Aber da müssen dann irgendwelche Ernährungsexperten das näher beurteilen und sagen, inwiefern das jetzt nützlich oder nicht nützlich ist, sich 200, 300 Kilokalorien pro Tag zu holen. Mein letzter Stand, aber der ist auch schon viele, viele Jahre her und da hat man bestimmt inzwischen was dazugelernt, ist, dass 200, 300 Kalorien entscheidend sein können und es doch erheblich weniger Abbau gibt. Und geistig vor allen Dingen, wenn man zumindest diese Mindestmenge an Kohlenhydraten so zu sich nehmen kann. Und Kohlenhydrate ist tatsächlich der Hauptinhaltsstoff von dieser BAST-Nahrung. Die hat auch irgendeinen Namen der Ureinwohner. Leider habe ich nicht mehr herausfinden können, wie das früher genau genannt wurde. Davon abgesehen, wurde die tanninreiche Rinde, die wir als Antidurchfallmedikament verwenden, auch zum Gerben verwendet. Das war das Ledergerbemittel vor Ort und zwar noch lange Zeit und sogar ins 19. Jahrhundert hinein wurde das industriell zum Ledergerben, für die ganze Pelzindustrie da oben, genutzt, um eben dann die Pelzelänge haltbar zu machen, die man dann für viel Geld nach Frankreich oder wohin auch immer verschifft hat. Außerdem das Holz der Wahl tatsächlich für Waffenherstellung wieder der Indigenen, also Speerschäfte, Hacken, Achsstiele, aber auch Löffel, Schalen und solche Sachen hat man aus diesem Holz hergestellt. Bogen habe ich nichts zugefunden, ob das auch geht. Scheint wohl nicht sehr biegsam zu sein, wobei es eben durchaus Nadelhölzer gibt, die da in Frage kämen. Wir wissen ja alle, Eibe, auch ein Nadelholz, ist somit das beste Holz zum Bogenbau überhaupt. Theoretisch kann man aus dem Harz laut Volksmedizin genau dieses Baumes eine Salbe herstellen, die gleichzeitig vor Erfrierung und Sonnenbrand schützen soll, je nachdem, was gerade ist. Dazu Harz mit etwas Asche und etwas Wasser vermengen und zu so einer breiigen, schmierigen Konstanz zusammenkneten. Das soll wohl ganz gut funktionieren. Damit kann man sich dann einreiben. Das hilft natürlich auch gegen verschiedene Stechviecher und zumindest ist keine negative Wirkung bekannt, dass das in irgendeiner Form Juckreiz verursachen sollte und allergische Reaktionen sind bisher auch noch keine aufgetreten. Besonders hübsch sieht man damit bestimmt nicht aus, aber gerade wenn da Myriaden von Mücken verschiedener Größe und Art aufkreuzen, dann mag man da vielleicht sowas durchaus ganz gerne mal ausprobieren und je nachdem, sollte das Wetter tatsächlich super gut sein, ist ein Sonnenschutz möglicherweise auch nicht schlecht. Wer da im Winter ist und tatsächlich diese Salbe als Schutz vor Frost benötigt, der hat vielleicht außerdem noch andere Probleme. So, ein letztes noch beziehungsweise drei letzte Kleinigkeiten noch, nämlich erstens, aus den Nadeln lässt sich ein wohlschmeckender Tee zubereiten. Einfach ein paar Zweigchen wie einen Teebeutel ins heiße Wasser packen und schon schmeckt es nach was. Das ist nicht der einzige Baum, bei dem das funktioniert und das ist auch gut so. So kann man sich also im besten Fall, wenn man da in den Wäldern unterwegs ist oder auch stationär ist und trotzdem mehrere Baumarten zur Verfügung hat, sogar verschiedene Geschmacksrichtungen an Tee zu bereiten und das ist allemal besser, als abgekochtes Wasser einfach so zu trinken. Das schmeckt nämlich nicht besonders gut. Es gibt zwar Leute, die behaupten, das würde tadellos schmecken, aber meine Erfahrung ist, dass abgekochtes Wasser meistens kein besonderer kulinarischer Genuss ist, es sei denn, es ist Schwarzes abgekocht. Ne, lassen wir das. Ja, das wäre das eine. Außerdem, weil die Nadeln eben wohlschmeckend sind, wurden sie ebenfalls von den Indigenen häufig auch einfach so als eine Art Kaugummi gekaut. Da hatte jeder einfach immer mal so einen Zweig dabei, gerade wenn größerer Hunger anstand. Dann hilft das, zumindest nach Meinung der Indigenen dagegen, dass du allzu sehr unter dem Hunger leidest und du gibst deinen Kiefern ein bisschen was zu tun, gibst deinem Körper irgendwie das Gefühl, du würdest was essen. Braucht man aber nicht davon ausgehen, dass da wirklich nennenswert Kalorien bei rumkommen. Ganz kleines bisschen Vitamine vielleicht. Vitamin C dürfte schon ein bisschen in den Nadeln drin sein und der Geschmack ist vielleicht ganz angenehm. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, obwohl ich wüsste, wo ein paar von den Dingern auch bei uns stehen und werde das bei nächster Gelegenheit auch nochmal nachholen. Aber ja, ich wollte nur die Information noch weitergeben. Und damit sind wir tatsächlich mit dem ersten Baum auch schon haha durch. Die anderen werden im Regelfall ein bisschen kürzer. So, kommen wir kurz zur Weißfichte, der Picea glauca. Die ist insbesondere da anzutreffen, wo wir unsere Zugas garantiert nicht finden, nämlich im Inland. Für eine Fichte, also Zugas immer an der Küste, Pazifikküste ausschließlich, mehr oder weniger. Plus meinetwegen noch 100 Kilometer ins Landesinnere, aber dann ist auch Schluss. So, und unsere Picea glauca hier, die finden wir dann quasi danach. Also wenn wir aus dem Zugergebiet, wo es noch andere Baumarten gibt, aber aus dem potenziellen Zugergebiet rausmarschiert sind und ins Landesinnere latschen, dann könnte langsam unsere Picea hier ins Spiel kommen. Und die hat jetzt die eine wichtige Eigenschaft für uns, dass sie a, wie fast jeder Fichte, in der Lage ist, den Oberboden außerordentlich gründlich mit Feinwurzeln zu erschließen. Das kommt dem Baum sehr entgegen, weil er dadurch halt eben sämtliche Nährstoffe des Oberbodens, der als erstes auftaut, nach dem langen Winter, sofort zur Verfügung hat, auch das Wasser aus dem sofort aufgetauten Oberboden in großen Mengen aufnehmen kann, um in den ersten 2, 3, 4 Wochen des kurzen Sommers quasi das gesamte Jahreswachstum mehr oder weniger zu absolvieren und danach mit dem Wachstum auch wieder runterzufahren, um erst wieder weiter zu wachsen. Ja, im nächsten Frühsommer sozusagen. Das ist so ein bisschen die Strategie dahinter, soweit man das überhaupt beurteilen kann. Und für uns kann das deswegen interessant sein, weil eben sämtliche Fichten, die wir da oben finden, mit dieser ausgesprochenen Flachwurzel lebensweise häufig sehr einfach ausgrabbare Wurzeln zur Verfügung stellen. Dazu geht man am besten in gewissem Abstand vom Stamm. Gerade wenn es ein einzelstehender Stamm ist, findet man vielleicht sogar das Ende der Durchwurzelung des Bodens. Das dürfte ungefähr spätestens zum Beispiel bei einem kleinen Baum in etwa der Baumhöhe entsprechen. Also sagen wir, der Baum ist 15 Meter hoch, dann gehst du 15 Meter vom Baum weg und fängst da mal an zu buddeln. Wie gesagt, wenn es ein einzelstehender Baum ist, wenn da noch diverse Nachbarn drumherum sind, dann gilt das natürlich nicht. Die haben ja auch alle Wurzeln. Und buddeln, da reicht ein Stock, ein bisschen den Boden aufkratzen und schon wird man die Feinwurzeln unserer Picea glauca finden. Kann sich die, natürlich macht das den Baum kaputt, ja, aber im Notfall kann man das natürlich trotzdem dann machen. Da geht das eigene Überleben vor das Interesse des Baums und reißt sich die raus, klopft da mit dem Stein vielleicht noch ein bisschen auf den Wurzeln drauf rum, dann zerfasern diese und man kann sich die einzelnen Fasern der Länge nach auftrennen und das ist ein hervorragendes Bindematerial, was von den Indigenen zum Beispiel auch zum Kanubau verwendet wurde. Dafür kann man auch super Zuckerwurzeln nehmen. Das muss jetzt also nicht nur die Picea-Wurzel sein, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das hier einfach mal erwähnt haben. Die meisten Piceas haben manchmal, aber mindestens die richtigen Tannen, die haben fast immer, solange sie noch etwas jünger sind, eine speziellere Borke und die gucken wir uns jetzt an. Also wie gesagt, in Ausnahmefällen auch bei Fichten zu finden, aber fast immer bei Tannen, das hier ist eine Felsengebirgstanne, ist eine glatte Rinde in der Jugend und diese glatte Rinde, die weist diverse kleine Bäulchen auf beziehungsweise diese länglichen Narben hier, diese Wulste. Die Wulste sind sogenannte Lentizellen, die dienen dazu, dass da Sauerstoff ins Innere der Linde gelangen kann. Also es sind im Prinzip Atemlöcher für die inneren Teile des Baums, die auch mit Sauerstoff versorgt werden müssen, weil auch die atmen müssen, zwar nur mit einer super geringen Sauerstoffverbrauchsrate. Da reichen wirklich minimalste Mengen, aber die müssen gewährleistet sein. Und hin und wieder findet man neben diesen Lentizellen auch mal noch so kleine Beulen. Das Bild ist nicht optimal, aber das kann man bei fast jeder jungen Tanne finden. Und wenn man diese Beulen mit einem Messer oder mit einem dünnen Ast, das reicht auch schon, einpiekst, dann tritt da fast immer Harz aus. Und das ist mitunter die einfachste Möglichkeit, wie man schnell, ohne lange zu suchen, an Baumharz gelangen kann, insbesondere in einer sehr, sehr frischen, aromatischen Form. Das kann auch ganz interessant sein, tatsächlich um ein bisschen Geschmack zustande zu bringen. Da kann man auch dran lecken. Das tut einem nichts. Da kann man drauf rumkauen, wenn man da lustig drauf ist. Das tut einem auch nichts. Und es kann ja selbstverständlich als Klebstoff verwendet werden und ja, offensichtlich als Zunder. Hochbrennbar. Gerade dieser junge, flüssige, dünnflüssige Harz lässt sich wunderbar auf diverse Stöckchen, auf eventuell irgendwelche textilen Materialien, auf irgendwelche mitgebrachten Taschentücher, sowas in die Richtung drauf schmieren, die damit tränken. Und wenn man das dann anzündet, das brennt ewig lange. Also wer damit kein Feuer anbekommt, da weiß ich dann auch nicht. Wie gesagt, bei fast jeder dünnen, jungen Tanne wird man ein paar dieser Harzblasen in der Rinde finden können. Am Verbreitungsgebiet von Picea mariana, der Schwarzfichte, ja, so heißt sie zumindest mal auf Deutsch, kann man wunderbar sehen, wo man sich denn eigentlich bitte im borealen Nadelwald befindet. Also das komplette Grüne hier ist einmal das Verbreitungsgebiet und gleichzeitig auch der boreale Nadelwald von Kanada und Alaska. Und das sind alles Regionen, in denen so mittelgute Überlebensbedingungen herrschen. Und findet man also eine solche Fichte, dann weiß man, dass man sich in den mittelguten Überlebensbedingungsgebieten befindet. Übrigens nach Westen hin, also westlich vom Verbreitungsgebiet zur Küste hin, befindet sich natürlich auch nochmal so eine Kleinigkeit, die sich Rocky Mountains nennt, beziehungsweise deren Ausläufer nach Norden. Und da werden dann die Überlebenschancen nochmal deutlich miserabler. Man muss also noch deutlich weiter, beziehungsweise da erstmal drüber, um dann an den absoluten Küstenbereich zu kommen, wo wir dann wieder mit den etwas besseren Überlebensbedingungen zu rechnen hätten. Also ja, nur für den Fall, dass man gar keine Ahnung hat, wo man gerade mit dem Flugzeug abgestürzt ist, trifft man eine Picea Mariana an, dann ist man auf jeden Fall, na immerhin ist man nicht nördlich vom Verbreitungsgebiet, sagen wir es mal so. Sie ist durchaus Waldgrenzenbaumart und grenzt eben die Tundra von der Taiga ab, den borealen Nadelwald zur Kältesteppe der Nordhemisphäre und spätestens in der will man eigentlich nicht überleben, solange man nicht ein Inuit ist und genau weiß, wie das geht. Ja, so sehen die Bäumchen dann aus. Sie halten durchaus einen recht großen Abstand zueinander, allerdings muss man sagen, dass das Bild hier jetzt nicht unbedingt ein Urwald ist, sondern ein bewirtschafteter Bestand, wo dann mal was nachgewachsen ist. Die können noch deutlich, deutlich dichter sein. Das sehen wir dann auf dem nächsten Bild. Gleich nochmal ein bisschen schöner. Und da kann man dann auch ganz schön erkennen, warum die eigentlich bitte Schwarzfichte heißt, wegen den Zapfen, die da so ein dunkles Violett bis hin zu schwärzlich, kurzfristig, solange sie noch nicht reif sind, annehmen können. Der Baum ist durchaus gegen Waldbrand angepasst, weshalb die Zapfen dann auch darauf ausgelegt sind, und hohen Temperaturen zu widerstehen, beziehungsweise sich nach dem Einwirken von hohen Temperaturen erst zu öffnen. Deswegen bleibt ein Teil der Zapfen auch gerne mal am Baum hängen. Nicht alle öffnen sich und lassen den Samen einfach so fliegen, sondern es bleibt so eine Restreserve für den Fall, dass es einen Waldbrand gegeben haben sollte, übrig. Das Bild, was wir hier sehen, also insbesondere der Hintergrund, und das ist ein natürlicher borealer Schwarzfichtenwald. Das heißt, die Bäumchen sind alle unglaublich dünn. Das liegt darin, dass die Schneelast im Winter einfach zu hoch wäre für breite Äste. Je weiter der Äst sich vom Stamm entfernt, desto mehr Schnee passt da drauf, desto schwerer wird der Schnee. Gerade so ein fieser, polarer, Nassschnee, der wiegt wirklich außerordentlich viel und würde dann einfach die Äste abbrechen, spätestens wenn dann noch Wind dazukommt und der Schnee noch draufliegt und der Wind viel stärker wird. Irgend so ein Wintersturm oder gar ein Schneesturm, das gibt es da ja auch alles, Blizzard, hat man schon mal gehört. Da hätten die keine Chance, wenn sie anders aussehen würden, als sie aussehen. Und an der Nordgrenze des Verbreitungsgebiets, an der wir uns hier befinden, werden die eben auch nicht höher als 12, maximal 15 Meter und sind dann so ganz kleine, dünne Säulenbäumchen. Ich finde die ästhetisch außerordentlich wunderschön. Ich finde, das sieht klasse aus, wenn ihr mich fragt, aber ist ja wurscht. Man hat häufig dann auch solche Lichtungen, wie die, auf der dieser junge Baum hier zu stehen scheint, in der Fläche. Das liegt zum einen natürlich an der kanadischen und alaskanischen Forstwirtschaft, die ja immer noch Clearcutting betreibt, sprich riesige Großkahlschläge macht. Dazu vielleicht noch ein paar Takte. Das ist nicht völlig verwerflich, auch wenn man manchmal den Eindruck haben könnte, dass Kahlschläge eine blöde Idee sind, sind sie für Deutschland auch zweifellos. Sind sie allerdings in borealem Nadelwald, nur teilweise, weil sie so ein bisschen das natürliche Geschehen des Nadelwaldes widerspiegeln. Also hier stirbt im Hintergrund, in dem natürlichen Waldgebiet, stirbt nicht ein Baum einzeln ab und es entsteht ein kleines Loch und das wächst wieder zu. Das ist in vielen Waldgebieten der Erde so, sondern der gesamte Bestand, die sind alle gleich alt, obwohl sie natürlich gewachsen sind, der gesamte Bestand kippt mehr oder weniger zeitgleich um. Irgendein Großereignis, sprich ein enormer Wintersturm, ein fieser Sommersturm, was für ein Sturm auch immer, oder ein Waldbrand, sorgen dafür, dass wir ein großflächiges Loch im Wald bekommen und dieses natürliche Sterbeverhalten sozusagen, wenn die Schwarzwichten dann ein bisschen älter geworden sind oder halt eben ein Extremwetterereignis vorangegangen ist. Das imitiert man sozusagen mit dem Clear Cutting. Der Unterschied ist nur der, dass bei einem natürlichen Ereignis natürlich nicht sämtliches Holz entfernt wird, sondern es bleibt halt einfach liegen und die jungen Bäumchen können sich dann eben auf den Leichen oder zwischen den Leichen ihrer Eltern sozusagen nach oben arbeiten, worauf Fichten auch wahnsinnig gut spezialisiert sind. Das trifft auch auf die Schwarzfichte zu, wobei die dann nicht so hundertprozentig darauf angewiesen ist. Also hier große Löcher in den Wald zu machen, ist deutlich vertretbarer, als das in Deutschland wäre. Ob man es machen muss, das ist nochmal eine andere Frage und Kritik an der Clear Cutting-Politik, insbesondere an dem Umfang und der Menge des entnommenen Holzes, was Kanada und Alaska tut. Da darf man vielleicht ein bisschen kritisieren, sollte aber als Ausländer auch ein bisschen die Füße stillhalten. Ja, es ist so ein Mittelding. Ja, dann wäre jetzt noch zu klären, wofür können wir jetzt denn mit der Pizzea Mariana was anfangen. Naja, die hat auch aromatische Nadeln. Man kann sich also wunderbar einen anders schmeckenden Nadeltee aus ihr machen. Durchaus deutlich anders schmeckend. Ich durfte mal eine probieren, beziehungsweise habe ein paar Nadeln rumgekaut, habe mal eine gefunden im forstbotanischen Garten. Die schmecken durchaus anders als die unserer heimischen Fichte. Das wird also für einen Deutschen durchaus ein interessanter Geschmack sein und den kann man sicherlich auch sich zumindest einreden, dass man den lecker findet. Ansonsten ist das Holz nur sehr schwierig zu verarbeiten, insbesondere mit Handwerkzeugen, weil der Baum halt unendlich viele kleine Äste hat und der Stamm außerordentlich mühsam entastet werden muss, wenn man den glatten Stamm für irgendwelche Bauprojekte haben möchte. Das ist also wirklich eine furchtbare Arbeit mit Handwerkzeugen. Mit der Motorsäge immer noch anstrengend, mit Handwerkzeugen fast nicht zu bewerkstelligen. Will man also in der Tundra überleben, dann sollte man sich fast auf die Suche machen nach einem anderen Wald oder nach einer anderen Baumart als unserer guten Mariana hier. Denn ja, da stehen die Chancen eher mau. So, jetzt wird es mal Zeit für eine Kiefer, nämlich die Pinus contorta, Küstenkiefer oder auch Drehkiefer genannt. Drehkiefer, weil sich die jüngeren Triebe eigentlich fast immer ein Stück weit um die eigene Achse drehen. Das kann man dann auch ganz gut sehen, wo die Äste abstehen und dass das Ganze einfach so ein bisschen verdreht wirkt, sieht man teilweise auch an der Rinde und das ist ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal. Ansonsten sehen die Nadeln ganz ähnlich aus wie bei unserer heimischen Waldkiefer. Es ist eine zweinadelige Kiefer und wer schon mal unsere Kiefer näher angeguckt hat, da gehe ich bei jedem mal davon aus, der halbwegs ein bisschen sich für Survival und Bushcraft interessiert, dass er das mal getan hat, der wird auf jeden Fall auch diesen Baum hier als Kiefer erkennen. Auch die Wuchsform neigt dazu, mal so in so einer kleinen, grüppligen Variante zu wachsen, wie wir sie hier haben. Grüpplig ist ein botanischer Fachbegriff, das ist nicht abwertend gemeint. Und ja, das ist durchaus ein häufiges Erscheinungsbild dieser Art. Auch dass sie am Rande eines Clearcuts vermutlich oder einer Sturmwurfs- oder ähnlicher Katastrophe, die den Wald kurzfristig vernichtet hat, steht, ist ganz normal, weil es handelt sich hier um eine Pionierart. Soll heißen, wenn irgendwo der Wald verschwunden ist, ist der erste Baum, der wieder hochkommt und langsam einen neuen Wald heranwachsen lässt, tatsächlich unsere schöne Küstenkiefer hier. Dafür kann sie nicht mit irgendjemand anders, sie ist sozusagen nicht teamfähig und möchte gerne unter sich bleiben sozusagen. Sie bildet also ganz natürlich Reimbestände, das haben die anderen bisher gezeigten Baumarten nicht zwingend nötig, mit gar niemand anders kooperieren zu können. Sie hier kann es nicht. Also jeder andere macht sie irgendwann platt und deswegen geht sie gerne dahin, wo niemand ist. Sie ist auch ein sogenannter Pyrophyt, also angepasst an Waldbrandereignisse und kommt damit deswegen gut zurecht, weil die Zapfen, die oben drin hängen, stark mit Harz verklebt sind. Die öffnen sich also über viele Jahre überhaupt nicht, können sie nicht, sie kleben ja zusammen. Erst bei Temperaturen um 50, 60 Grad Celsius beginnt das Harz, das die Zapfen zusammenkleben lässt, zu schmelzen. Der Zapfen trocknet gleichzeitig aus, der Samen wird freigesetzt und fliegt dann raus. Bis das soweit ist, ist normalerweise der Waldbrand schon wieder vorbei, gegebenenfalls auch sämtliche Kiefern verschwunden, aber, beziehungsweise verbrannt, alles andere halt auch. So, und jetzt bei besten Keimbedingungen, bei gerade frisch gedüngten Boden, bei hoffentlich auch irgendwann Regen nach dem Brand, ist diese Kiefer einfach darauf spezialisiert, schneller zu wachsen in der Jugend, so die ersten 2, 4, 5, 10 Jahre, das langt schon, viel schneller zu wachsen als alles andere und damit eine frisch abgebrannte Fläche als allererstes sozusagen wieder zu erobern. Also typisch für einen Pionier, was macht der? Ja, der besiedelt neues Land und das tut auch unsere Kiefer. Wir können sie also nahezu in irgendeiner Variante überall in Alaska und Kanada potenziell finden. Sie mag aber keine guten Standorte und wenn sie also langfristig vorhanden ist, hier sehen wir mal die Verbreitungskarte der verschiedenen Varianten davon, wenn sie mal irgendwo weiträumig vorhanden ist, dann ist das auf jeden Fall ein nährstoffarmer Standort. Da kommt in Frage entweder ein sehr trockenes Fleckchen, das ist gegebenenfalls etwas, wo es einem gefallen könnte, weil man da nicht mit allzu viel Regen rechnen muss, möglicherweise, und wenn doch es mal regnet, ist der Regen schnell wieder abgeflossen, oder es ist ein ausgesprochen nasses Plätzchen und da sollte man sich dann allerdings nicht unbedingt aufhalten, schon gar nicht einen Lagerplatz errichten wollen, weil A sind da im Sommer jede Menge Mücken zu finden und B gibt es nasse Füße, wenn man versucht, dadurch irgendwie von A nach B zu bekommen. Das heißt, angenommen man würde auf irgendeinem Berg stehen und würde jetzt eine Route planen, um wohin auch immer zu kommen, zur nächsten, zum Alaska Highway oder sowas in die Richtung, dann kann man vom Berg aus, wenn man es gelernt hat und wenn man sich mal ein paar Bilder der Landschaft angeguckt hat und sich eingeprägt hat, wie dieser Baum hier aussieht, auch auf die Ferne erkennen, oh, da ist ein Kiefernbestand, oh, der Kiefernbestand geht entlang des Hanges, so ein Stückchen in die Landschaft und unten drunter steht was, was eher auf feuchte Vegetationsbereiche hinweist, wie zum Beispiel eben unsere Hemlocktannen, die stehen gerne eher in den feuchteren Regionen der Böden, aber die auch nicht langfristig überschwemmt sind, aber ja, nur so als Beispiel, oder unten fließt ein Fluss, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man, wenn man sich zum Beispiel durch den Gürtel dieser Kiefer bewegt, durch diesen Kiefernwald, erstens, der ist nie besonders dicht, so dass man nicht mehr durchkommen würde und zweitens befinden wir uns dann fast immer im Trockenen. Wenn sie aber auch noch im Tal steht, dann ist es eher die Nässevariante dieser Kiefer und dann wäre es ein Wald, den man meiden müsste und weiß schon von vorne her rein, wenn man jetzt hier durch dieses Tal durchläuft und da unten steht die Kiefer, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr nasses Tal und dann will man da vielleicht nicht durch und sucht sich gegebenenfalls einen anderen Weg, wenn man tunlichst vermeiden möchte, nasse Füße und Ähnliches zu bekommen. Also dafür kann sie ganz gut genutzt werden, einfach um die Landschaft ein wenig zu lesen. Nadeltee lässt sich keiner draus machen, dafür ist das Holz gegebenenfalls sehr, sehr schön harzreich und kann als Kienspan tatsächlich verwendet werden, insbesondere wenn man Strukturen wie die folgende findet. Hier hat nämlich die Erosion ihr Übriges getan, um eine Wurzel freizulegen, so eines Bäumchings und wenn man jetzt eine Säge hätte, dann könnte man sich hier natürlich besten Kienspan raussägen, da würde ich fast garantieren, dass man in diesen Wurzeln was findet, dann ist der Baum natürlich hin und der lebt tatsächlich noch in dem Zustand, wie er sich hier gerade befindet und man kann schön sehen, der Keimungsprozess hat so etwa einen halben Meter über der Erdoberfläche stattgefunden. Das ist natürlich Quatsch, da war früher alles Boden, der einfach im Laufe der Zeit hier abhandengekommen ist durch tatsächlich übrigens Klimaerwärmung. Das ist hundertprozentig der einzige Grund, warum das da so aussieht, wie es da aussieht. Das ist ein Boden, der häufig gefroren gewesen ist. Jetzt ist er häufiger mal aufgetaut, er ist länger aufgetaut und mit dem Auftauen geht der Abbau durch Bakterien und andere Mikroorganismen einher. Der Boden verschwindet, der wird sozusagen aufgefressen und was übrig bleibt, ist der kahle Fels beziehungsweise der kahle Schotter, in dem sich so eine Wurzel schon auch noch festhalten kann und da auch noch eine Zeit lang Wasser aufnehmen wird. Langfristig gesehen wird diese Kiefer aber nicht mehr allzu lange leben. Also ich finde das ein sehr beeindruckendes, Bild, zeigt aber auch schön die enorme Anpassungsfähigkeit dieser Baumart. Das gilt für unsere heimische Kiefer ja auch. Die gibt es ja auch in Krüppelform, in ausgesprochen großer Form, so irgendwelche mittleren Varianten, die so ein bisschen groß, aber auch nicht wirklich richtig hoch werden und das kann diese Kiefer genauso. Also sie ist in ihrer Ökologie sehr vergleichbar mit unserer heimischen Waldkiefer und eben auch ein sehr großes Verbreitungsgebiet dadurch gekennzeichnet. Die kann man also durchaus erwarten, irgendwo bei einem längeren Aufenthalt in Kanada oder Alaska mal dieser wunderschönen Baumart zu begegnen. Sagt es Ihnen groß von mir. Die Zapfen könnten übrigens dahingehend noch ganz interessant sein, dass insbesondere die ausgetrockneten Zapfen, die offenen Zapfen, eine allererste Isolationsschicht für den Boden darstellen könnten. Sprich, wenn man versucht, sich ein Bett zu bauen und man möchte kein Gestell für das Bett bauen, dann legt man sich einfach zwei, drei Zapfenschichten übereinander auf den Boden, legt da noch was Weiches obendrauf, dass man nicht direkt auf den Zapfen liegt, zum Beispiel irgendwelche Nadeln von unseren Zugas, ganz am Anfang, Zuga Kanadiensis, Zuga Heterophylla, die beiden Hemlocktanen, Hemlocktanen war der deutsche Begriff und ja, damit kann man durchaus was anfangen, wenn man sich ein Nachtlager zu bereiten möchte. Die Zweige sind auch einigermaßen okay, sind halt schon noch ein bisschen pieksig, kommt darauf an, wie alt der Zweig schon ist, dann stehen die Nadel manchmal nicht ganz zu allen Seiten ab und dann würde das zur Not auch funktionieren. Aber ja, die Zapfen sind ein prima Isolationsmaterial. Auf denen schläft man auch wirklich warm, weil in diesen fluffigen Zapfen, in Anführungszeichen, eben auch jede Menge Luftpolster gehalten werden kann. Die Körperwärme, die man nach unten abstrahlt, da dann wunderbar gehalten werden kann und dann ist das durchaus ein denkbares Matratzenmaterial. So, der Vollständigkeit halber noch die andere Kiefer. Die Grey Pine, auf Deutsch kenne ich nur den Namen Banks-Kiefer dafür. Ein gewisser Herr Banks hat die mal entdeckt und ja, der alte, der wissenschaftliche Name drunter ist auch nicht mehr aktuell, die heißt inzwischen irgendwie anders. Ist auf Wurst, jedenfalls hat sie diese lustigen gebogenen Zapfen. Wenn man also eine Kiefer findet mit lustigen gebogenen Zapfen, die ansonsten auch von den Nadeln her ganz ähnlich wie unsere heimische aussieht, dann hat man es mit der Banks-Kiefer zu tun, finden die aber eher an der Ostküste und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die eingangs erwähnten Survival-Sendungen, Formate, was auch immer, nicht unbedingt an der Ostküste spielen werden. So, und dann kommen wir vielleicht zum wichtigsten Nadelbaum in der Liste und dann haben wir noch einen und dann sind wir mit den Nadelbäumen, denke ich, auch durch. Die Sitka-Fichte, die ist benannt nach dem Ort Sitka in Alaska, da kommt die unter anderem vor und säumt so ziemlich den gesamten Küstenbereich, ja, ab Kanada bis rauf nach Alaska, bis hin, ja, wenn es halt irgendwann zu nördlich wird, dann wird sie auch zu kalt, aber das ist ihr natürliches Verbreitungsgebiet. Sie geht auch ziemlich weit in die Berge hoch, man findet sie also jetzt hier nicht mehr auf dem Gipfel, der da links im Bild kurz angedeutet wird, da wird sie wahrscheinlich nicht mehr oben drauf stehen, aber ansonsten darf man schon davon ausgehen, dass hier mit relativ viel Verbreitung dieser Sitka-Fichte gerechnet werden darf. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass sie bei den meisten Szenarien unserer Survival-Shows vertreten sein wird. Was man als allererstes zu diesem Baum unbedingt wissen sollte, ist, dass es eine der Fichten mit den stechendsten Nadeln überhaupt ist. Das heißt, durch eine Dickung dieser Fichte durchzulaufen, ist tatsächlich gefährlich vom Verletzungsrisiko her, weil wenn man da wirklich wie ein Bekloppter in eine Dickung reinrennt und nicht darauf achtet, dass man das tut oder vor einem Bär davon rennt und so weiter, da ist es schon vorgekommen, und das ist jetzt ein bisschen eklig, dass sich da Leute die Augen ausgestochen haben, weil sie wirklich wie bekloppt eben in diese Fichtendickung reingerannt sind. Die ist zwar nicht ganz so schlimm wie die sogenannte Stechfichte, aber sie kommt kurz danach, und das tut richtig, richtig weh. Wer schon mal bei uns so richtig heftig in den Fichtenzweig gegriffen hat, der weiß, das ist gar keine so gute Idee, und das kann richtig ordentlich stechen. Die hier ist nochmal erheblich spitzer. Also wirklich Aua-Aua. So, und das ist jetzt dahingehend interessant, weil das prinzipiell eigentlich das Holz sein wird, mit dem man wahrscheinlich Schelter bauen wird in verschiedenen Survival-Sendungen. Und wenn es eben gleichzeitig auch das Holz ist, mit dem man vielleicht versucht, ein Schelter auch zu decken, sprich Nadelzweige auf das Schelter zu legen, um es einigermaßen wasserdicht, beziehungsweise zumindest mal winkgeschützt zu bekommen, dann wäre das Blödeste, was man aus meiner Sicht machen könnte, dafür Sittka-Fichtenzweige zu nehmen, beziehungsweise Sittka-Fichten-Nadeln, weil je nachdem, was man als Scheltermaterial verwendet, jetzt gehen wir mal von irgendeiner dünnen Plane aus, ist diese dünne Plane ganz schnell ja ein Nadelteppich, wenn man da Sittka-Fichtenzweige drauflegt. Das muss man wirklich beachten. Die sind starr, die sind hart, die Nadeln, die sind super, super spitz. Ich bin mir sicher, dass bei der dünnen Malerplane, wer die verwenden möchte, es ausreicht, dass dann ein kleiner Zweig vom Baum fällt auf die Malerplane und schwuppdiwupp hat die eine ganze Reihe von Löchern. Garantiert. Also das sollte man sich wirklich gründlich überlegen, mit welchem Baumaterial man da an die Sache rangeht. Außerdem gilt für alle bisher gezeigten Nadelbäume, mit Ausnahme der Kiefern, lustigerweise, die hätten relativ gerade Stammabschnitte, wo man nicht viele Äste abschneiden muss, gilt, wir haben jede Menge Äste, wir haben jede Menge Arbeit, wenn wir einen super glatten Stamm haben wollen, über den wir eine Plane ziehen können, die sehr, sehr, sehr empfindlich ist und bei kleinen Unhebenheiten im Holz, über das man eine Plane zieht, bereits kaputt geht. Das muss einem klar sein, das sind alles außerordentlich raue Materialien. Zurück zu dem Bild, was wir hier sehen. Das ist also so ganz, ganz typisch. In so einem Waldbild könnte man sich auch gut eine Survival-Show im hohen Norden durchaus vorstellen. Das ist jetzt hier nur ein See, aber eine Küstenregion, ein Meeresarm oder so, würde zu einem ähnlichen Waldbild führen, wenn er weit genug ins Landesinnere hineinragen würde. Und die Wälder sind sehr dicht, sehr dunkel. Man sollte sich auch überlegen, ob man sich da langfristig drin niederlassen möchte, weil für die Psyche ist ein bisschen Licht ja durchaus was Vorteilhaftes. Und da die Aussagsprochen dunkel werden, ja, ich würde es langfristig, glaube ich, eher ungemütlich finden im Sitka-Fichtenwald zu Hause. Das ist übrigens dahingehend auch nicht ganz ungefährlich, weil Sitka-Fichten auch wieder Flachwurzler sind. Auch da lässt sich wieder aus den Wurzeln ein wunderbares Seil, vergleichsweise wunderbar, herstellen, zumindest nach Meinung der Ureinwohner. Und die werden es am besten wissen. Und davon abgesehen hätte man allerdings den Vorteil, wenn man im Sitka-Fichtenwald haust, dass es da dann ziemlich trocken sein dürfte, wenn es nur mal kurz regnet. Das dauert nämlich ziemlich lang, bis die komplett durchgeweicht sind, die ganzen Nadeln. Und man darf davon ausgehen, dass die Verzögerung, bis es am Boden nass wird, wenn es oben, also in den Baumkronen angefangen hat zu regnen, so eine halbe Stunde bis eine Stunde beträgt, hängt natürlich von der Regenintensität ab. Wenn das ein völliger grauenvoller Pazifik-Guss-Regen ist, dann geht es halt nur 5 Minuten oder auch nur 3 Sekunden, je nachdem, was da runterkommt und wie lange es früher schon geregnet hat. Man muss sich aber auch im Klaren sein, dass dieser Regenschutz damit bezahlt wird, dass es hinterher natürlich noch ewig lange tropft, obwohl der Regen schon vorbei ist. Da braucht es auch noch eine ganze Weile, bis die Nadeln alle abgetropft sind. So, gucken wir uns mal einen Bestand von innen an. Auch das hier ist ein recht typisches Bild, wie man sich die meisten Sitka-Fichtenwälder vorstellen kann. durchaus, wie gesagt, relativ dicht. An Stellen, wo mal mehr Licht auf den Boden kommt, kriegen wir gleich Verjüngung. Häufig auch wieder aus Sitka-Fichte. Das Problem ist dann wieder, wenn man da durchlaufen möchte, dass man sich dann gegebenenfalls wehtut. Das sollte man beachten. In dunkleren Bereichen hier in der Mitte ist der Boden weitgehend kahl, weil einfach zu wenig Licht unten ankommt. Beziehungsweise im direkten Küstengebiet ist auf solchen Flächen noch mit einem schönen, dichten Moosteppich zu rechnen, was man dann wiederum als Baumaterial gegebenenfalls verwenden kann, als Sitzkissen oder was man auch immer mit Moos jeweils anstellen möchte. So, das Schöne ist, solche Wälder sind durchaus sehr ertragreich, wenn es darum geht, Brennholz zu sammeln. Wir sehen da in der Bildmitte schon einen abgestorbenen Ast am Boden liegen. Der dürfte relativ trocken sein, allein, weil er nicht komplett flach am Boden liegt, sondern einzelne Äste davon nach oben hochragen. Die kann man sich abbrechen, hat man 1a Feuerholz. Das muss man nicht batonieren, das muss man nicht sonst was mit anstellen, das kann man einfach abbrechen, anzünden, brennt. Ja, also natürlich muss man wissen, wie man es anzündet und sollte auch einen Zunder zur Verfügung haben, weil einfach nur mal kurz die Flamme dran halten und dann brennt es, reicht auch nicht. Aber zum Beispiel, wenn man schon ein Feuerzeug dabei hätte, bin ich sicher, dass man mit solchen Ästen, ohne Zunder, allein mit einem Feuerzeug, schon ein Feuer in Gang kriegen kann, wenn man dann weiß, wie und das ausreichend geübt hat. Außerdem sehen wir hier rechts im Bild, wird beim vordersten Baum jede Menge dünner Zweige am Stamm abstehen. Die sind ebenfalls außerordentlich trocken und dürfte so ziemlich das trockenste Anfeuerholz sein, was man im ganzen Wald finden kann. Die abgestorbenen dünnen Zweigchen unten am Stamm, wirklich das Beste, was da überhaupt zur Verfügung steht. Dabei wäre jetzt noch wichtig zu beachten, davon gibt es nicht unendlich viele. Und tatsächlich kann man über zwei Wochen ziemlich schnell sämtliche dieser Äste, die sie besonders gut zum Anfeuern eignen, verbrauchen, weshalb man da auch vorsichtig sein sollte, dass man eben nur dann Anfeuerholz bester Qualität verwendet, wenn man auch gerade ein Feuer anfeuern muss. Später kann man dann auch trockeneres, äh Quatsch, nasseres Holz, dickeres, nasseres Holz und ähnliches draufwerfen. Das funktioniert dann auch ganz gut. Die Indigenen verwenden Sittgerfichte durchaus sehr gerne als Brennholz, gerne auch als rituelles Brennholz, womit man dann verschiedene, ja, ich kenne mich mit den Ritualen, die die durchgeführt haben, nicht genau aus, aber wenn man vor allen Dingen die Äste verbrennt, also die etwas höheren, etwas dickeren Äste, dann ist das eine sehr, sehr gute Idee und man kann viel Zeit und Energie sparen beim Brennholz sammeln, wenn man eben nicht versucht, die Stämme groß zu verheizen. Sittgerfichte hat ein weiches, relativ leichtes Holz, das heißt, das brennt auch ziemlich schnell weg und dann ist es auch weg, während die Äste hingegen alle ziemlich stark harzgesättigt sind. Das ist also noch nicht wirklich Kienspann im Sinne von, dass man den unglaublich toll anzünden kann, aber die Äste brennen erheblich länger, geben dabei einen aromatischen Duft von sich, der erstens angenehm ist, besser als der übliche stinkende Qualm, und zweitens die Mücken fernhält und drittens auch die Geister, die da oben eine Rolle spielen oder Götter oder die ganzen Manitus oder was da auch immer genau sich rumtreibt, kann man damit offensichtlich auch besänftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem Moment der Demotivation ein rituelles amerikanische Ureinwohnerfeuer zum Besänftigen der Geister vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte. Also ich hätte jedenfalls Spaß dran, wenn ich da eine Zeit lang unterwegs wäre. Also genau so ein Waldbild, damit würde ich auf jeden Fall rechnen wollen, dass es das gibt. Und häufig, gerade wenn man da noch ein bisschen weiter läuft, dürfte auch eben Holz am Waldboden rumliegen. Zum Thema Holz, das am Waldboden rumliegt, wenn man tatsächlich keine Säge dabei haben sollte oder nur eine sehr, sehr kleine, dann dürfte es schlicht und ergreifend durch die Platzbegrenzung, die da herrscht oder ansonsten einfach um durch den Energieverbrauch, den man hat, um immer weiter zu laufen, um immer neues Brennholz zu holen, ein, das Feuer muss 24-7 brennen, um überhaupt die Rabe fernzuhalten, Szenario fast unrealistisch sein. Also der schiere Aufwand für ein 24-7 Feuer am Brennen halten, der ist außerordentlich groß und ohne eine richtig, richtig große Säge und eine Axt zum Spalten von wirklich dann halt doch Stammholz, wird das, glaube ich, ziemlich schwierig werden. Ja, aber wenn Brennholz, dann Äste der Sittka-Fichte, davon viele rumtragen, das ist das, was am längsten brennt und quasi am meisten Wärme pro Arbeitsaufwand zum Holz sammeln liefert. Ja, zur Bestimmung könnte man jetzt noch einiges sagen, aber es ist wirklich simpel, lang einmal rein in so einen Zweig, schrei auf und besorg dir Pflaster, weil dann hast du die Sittka-Fichte gefunden. Also vorsichtig rein, lang, ne? Die ist einfach super spitz da, das kann man nicht wirklich verwechseln mit was anderem. Zapfen seht ihr hier und prinzipiell sind die Nadeln, wenn man so von vorne drauf guckt, auch ziemlich silbern, ziemlich, ja, weißlich und haben tatsächlich Stomata-Streifen auf der Nadeloberseite. Das ist bei Fichten häufig so. Hier besonders schön zu sehen, die Bildqualität bitte ich zu entschuldigen, das Bild ist halt besser nicht verfügbar gewesen im Internet. Ja, ich erlaube mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs zum Bauholz. Das ist aber ein langsames B hier. Na egal. Jedenfalls alle bisher gesprochenen Bäume sind prinzipiell geeignet, um daraus irgendwelche Survival-Shelter zu bauen. Da gibt es jetzt keine Baumart, die besonders hervorstechen würde, dass sie besser wäre als die anderen. Es gibt lediglich Negativbeispiele, wie eben unsere Picea Mariana, die durch die vielen Äste sehr, sehr mühsam ist. Ansonsten eignet die sich genauso gut wie hier zum Beispiel die Sitka-Fichte, aber von dem bisher besprochenen ist wahrscheinlich die Sitka-Fichte tatsächlich insgesamt das beste Bauholz, solange man eben sich vor den Nadeln in Acht nimmt und sie jetzt nicht als Material zum Dachdecken verwendet. Für ein schönes Dach wäre tatsächlich die Zugar-Variante eine sehr gute Idee oder eine andere Tanne. Die gibt es auch ein wunderbares Dach ab, weil auch die hat keine spitzen Nadeln, die irgendwas kaputt machen könnten und gleichzeitig ziemlich viele Nadeln, ziemlich dichte Zweige, die dann ganz gut geeignet werden. Aber Zugar ist, glaube ich, das beste Dachdeckmaterial, was wir hinsichtlich Baum finden können. Fahne sind ansonsten noch eine Option. Moos. Beim Moos muss man allerdings sagen, dass Moos ein riesen Schwammkörper ist und das Wasser, das es vorher aufgenommen hat, irgendwann auch nach unten wieder abgibt. Das tropft also durch. Wenn man sich ein Dach nur aus Moos baut, wäre völlig bekloppt. Da muss also unbedingt noch eine Plane drunter. Dann kann man darüber nachdenken. Nasses Moos ist dann aber auch außerordentlich schwer irgendwann. Das muss die Konstruktion dann auch wieder, muss das aushalten können. Aber ja, also Sittka-Fichte wahrscheinlich das bisher beste Bauholz. Es kommt gleich die Douglasie, um das gleich schon zu verraten. Die hat ein ausgezeichnetes Konstruktionsholz. Leider ist es auch relativ schwer. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, da ein bisschen schwereres Holz durch die Gegend zu wuchten, kann auch hervorragend mit Douglasie bauen. Auch da ist vielleicht das zweitbeste, bis tatsächlich das beste Bauholz, wenn es eine sehr stabile Konstruktion sein soll. Also wer da tatsächlich vorhat, ein Blockhaus hinzustellen, Hust, Hust, die Naturensöhne, Hust, Hust. Nee, das ist ja fies mit der Erwartungshaltung. Aber sollte das trotzdem jemand vorhaben, dann wäre Douglasie tatsächlich das Bauholz der Wahl. Und dazu kommen wir jetzt auch. Jo, also Douglasie, mein fast Lieblingsbaum. Wenn ich danach gefragt werde, was mein Lieblingsbaum ist, meistens nenne ich dann die Douglasie. Die hat großes Zukunftspotenzial. Das Zukunftsbaum hat in Deutschland, aber stammt eigentlich aus dem Gebiet, was wir hier eingeblendet sehen. Es gibt eine Küstenversion, das ist die hellgrüne hier, und eine Inlandsversion, muss man jetzt auch nicht weiter ausführen. Für uns interessant ist natürlich auch die Inlandsversion, sollte das Ganze dann da stattfinden, wo die wächst. Das glaube ich jetzt eher weniger, aber könnte sein. Und die Küstenversion ist natürlich hochgradig interessant, weil sie Vancouver Island mit einschließt. Vancouver Island ist ja eine der Locations, die im Gespräch steht, sowohl für Alone als eben auch für Seven vs. White, beziehungsweise bei Letzterem ist es Spekulation, bei Alone ist es klar, dass es eine der möglichen Locations ist. Insbesondere für die deutsche Staffel könnte man sich das gut vorstellen, weil Deutsche waren da ja noch nicht. Das wäre also von daher noch ein Novum. Und dann wäre auf jeden Fall mit dem Vorhandensein der Douglasie zu rechnen. Ich habe ja schon gesagt, vom Holz her ist das ein idealer Baum. Es ist für Nadelholz relativ stabil, relativ schwer auch, also sogar sehr, sehr stabil, weil es eben entsprechend schwer ist. Und das ist in der Heimat genauso wie bei uns. Lustigerweise das Bild, was wir hier gerade sehen, das ist tatsächlich eines aus Deutschland. Ja, also das ist gar nicht die heimische Douglasie. Die wird in ihrer Heimat ja noch größer. Aber auch so ist das schon ein außerordentlich kapitaler Baum, beziehungsweise zwei davon. Dichte Krone, sehr, sehr duster unten drunter. Also ziemlich, ziemlich duster zumindest. Sehr dicker Stamm, sehr schnell sehr dicker Stamm. Ziemlich sturmresistent, auch in ihrer Heimat. Ziemlich, ja, nicht ausgesprochen krass, aber doch ordentlich. Also in so einem Douglasienwald sein Lager aufzuschlagen, könnte eine gute Idee sein. Das Risiko, dass irgendwelche Äste bei stärkerem Wind abgerissen werden und einem auf Schelter fallen, ist auch deutlich geringer, als es bei den meisten anderen amerikanischen Baumarten der Fall ist. Insbesondere die Sitka-Fichte neigt durchaus dazu, dass es da mal Windbruch gibt, Windwurf auch gibt. Auch bei den Zugas kann das vorkommen. Bei der Kiefer weniger und auch nicht bei den Inlandsfichten. Also die Schwarzfichte insbesondere, die schmeißt so schnell nichts um. Da muss es schon wirklich ein ganz, ganz krasser Sturm sein. Da hat man dann andere Probleme. Beziehungsweise, ja, da fliegen Bäume um, das Schelter fliegt weg und vorher haben die Verantwortlichen hoffentlich alles evakuiert. Weil wenn so ein Sturm sich ankündigt, dann wäre es völlig unverhältnismäßig und fahrlässig, die Leute dann da weiter draußen zu lassen, obwohl man sie vorher kurz einsammeln könnte und dann hinterher notfalls wieder haussetzen, was auch immer. Nur, ja, das ist auf keinen Fall ein Zustand, den man da draußen überleben wollen würde. Dass man es hin und wieder gegebenenfalls muss, ist klar, aber für so eine Show halte ich das für hochgradig, fahrlässig, wenn das dann so gemacht werden würden sollte. Douglasi gibt auch einen wunderbaren Tee. Das kann man auch bei den heimischen Ländern, ja, äh, Wäldern mal ausprobieren. Sich da mal ein paar Nadeln ins heiße Wasser zu packen. Das heiße Wasser darf schon ganz gut heiß sein und da dürfen auch ruhig ordentlich viele Nadeln rein und wenn man dann noch einen Schuss Zitronensaft dazu macht, wenn man hat, oder einen Süßstoff gegebenenfalls, falls man den hat, natürlich kann man auch Zucker nehmen, aber Süßstoff hat den Vorteil, dass das Packmaß halt deutlich geringer ist und süß schmeckt trotzdem. Von daher, ja, wäre das eine Überlegung wert. und das ist es aber im Wesentlichen auch mit den besonderen Vorteilen der Douglasi gewesen. Ja, die hat auch noch viel Harz, die hat prinzipiell eine sehr dicke Borke, die man in größeren Schichten abtragen könnte, wenn man dann ein großes, großes Messer hätte. Da man das nicht hat, ist das Problem, dass die Borke eben so dick ist, dass man die nicht wirklich verarbeiten kann und das Holz ist halt auch deutlich schwerer zu schnitzen als die ganzen anderen Hölzer, die wir da oben haben, äh, deutlich härter und schwieriger, ja, sagen wir mal, Werkzeug abnutzen, da zu bearbeiten. Ja, aber es ist als Lagerort, wie gesagt, sehr gut und es ist auch ein deutlich länger brennendes Brennholz als das meiste andere, was wir da haben, mit Ausnahme der Äste der Sitka-Fichte, die dann Harz getränkt sind. Auf Platz 2 kommt auf jeden Fall jede Form von Douglasienholz, was einfach deutlich länger brennt und daher sich auch mehr Lohn zu sammeln, weil du dann pro Lauf eben mehr Holz letztendlich oder mehr Feuer quasi gesammelt hast, wenn man so möchte. Ja, also das sind so die wesentlichen Anwendungsmöglichkeiten. Ist auch ein sehr, sehr hoher Baum übrigens für die Region, wird da bis zu 90 Meter hoch und ich glaube, das schafft die Sitka-Fichte manchmal auch gerade noch so, aber auch nur so gerade noch so. Ja, und Verbreitung eben nicht viel nördlicher als Vancouver Island, aber ich wollte es halt trotzdem mal drin haben, für den Fall, dass es dann doch irgendwie Vancouver Island werden sollte oder man sich noch eine alte Staffel von Alone angucken möchte und auch da taucht die Douglasie ja hin und wieder mal im Bild auf, dann weiß man auch Bescheid, mit was man es da zu tun hat. Oder auch nicht, je nachdem. Gut, das wäre es gewesen mit den Nadelbäumen. Ich mache das gleiche Spielchen nochmal zu den Laubbäumen. So viel sei schon mal gespoilert, Birken sind tatsächlich bei weitem nicht so häufig, wie man vermuten würde. Wenn man in Skandinavien war und da ist alles voll mit den Dingern, heißt das noch lange nicht, dass das in Nordamerika auch der Fall ist. Es gibt welche, ja, aber halt wirklich längst nicht überall und ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Location, die in der engeren Auswahl steht, auch durchaus möglich wäre, dass man da keine Birkenrinde findet. Und dann, ja, bleibt einem letztendlich bloß noch Harz. Den haben zwar fast alle der Nadelbäume, die wir da bisher gesehen haben, in großer Menge und die, die ihn nicht in großer Menge haben, die haben ihn halt in kleiner Menge. Aber, äh, das ist so der Hauptrohstoff, zum Vorher machen, wird, wird wahrscheinlich so kommen. Gut, aber jetzt wirklich reicht an dieser Stelle. Ich bedanke mich und hoffe, da war vielleicht das eine oder andere Interessante dabei und wenn nicht, beschwert euch und wenn doch, dann ist schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.